Also, ich hätte ihn eigentlich bekommen. Ja. Auf jeden Fall. Vor allem eine tolle Runde, wo du reingebrochen bist. Der erste hat schon 112 Kills, bevor du überhaupt angefangen hast. Boah. Oder da ist es vom Punkt geworden. Na, ich seh schon. Das ist ein bisschen der tolle Kanter. Ich hab ja gestoppt. Ach, brauchst du mich, wenn du eh stirbst. Aber du hast dich gedruckt und trotzdem bist du erschossen. Ich hab ihn. Also, glaub ich. Oh, scheiße. Ich glaub, der hat dich. Der Dehner. Deine Dehner. Das war natürlich. Ja, ich glaub auch, das ist alles nur glückwürdiger. Das war auch nur Glück. Ja. Der sieht auch so aus, als wäre er ganz glücklich da. Der hat noch ganz viel Begade. Das ist 18 Punkte. Also, irgendwie sind die besser genug. Boah, so ein 100 quasi. Das ist ein Punkt. Das spielen heute bessere Leute. Ja, das war. Ja, das sind dann nachmittags. Das ist bestimmt Fritz online. Nein. Sehr schön. Das ist ein kackiger Einpunkt. Das ist es richtig. Nein. Nein. A german. Apa ein? Wow. 11 Punkte. Noch einen. Noch einen. Jetzt wird das noch was mit 300 Punkten. Also, glaube ich. Ja, glaube ich auch. Da ist es in Minuten Zeit, da wird es noch was mit 300 Punkten. Ja. Da ist noch Beihilfe zum Ort geleistet. Ja, mich hier. Vorher gesehen. Das ist positiv. Akteur gibt es Leute, die sind schlechter als du. Echt? Ja. Ja. Aber auch nur zum Teil, weil die neue Gefrein sind. Ja. Ja. Ja, hier. Es wäre bei mir so das Scheisse, wenn man was ist. Ich bin schon mal dabei. Ah, doch. das ist ja klar wo kann ich nicht die perfekte waffe für genaues zielen die dominiere dich, da musst du aufpassen vielleicht biege ich kann was hinwechseln ja, kürzen wir es ja, aber Schandler, ich bin geholt ja, vorsichtig, da haben wir uns fast gewundert gut, danke es ist 120 schon du rückst mal auf, ich hätt' der beste mit 3 minuten machst du aber keine 400 punkte doch raus gut, da haben wir gar keine mehr ja, bist ein bisschen speedrun vor wie jetzt Messers zünden so, da brauchst du schon 2 Leute um dich umzubringen so, da wollen wir wieder ist ja ein leichtes Ziel so, da wollen wir so, da wollen wir ich habe einen holen Mhm. Genau, und, äh... Ja, jetzt muss ich sagen, dass das der Exil spüren muss, dass der ein Sniper ist. Geht schon, pass auf. Ich verstehe, dass so lange, dass du mir jetzt mal nicht umgebracht wirst. Oh, cool, cool. Äh... Ja... Oh, ein sprangener Kampf, da gut. Der hinter dir ist dichter Aufgehälter, der dichter Aufgehälter ist. Aber ich hätte gewinnt. Ja, gegen ihn vielleicht, aber nicht gegen die zehn anderen vor dir. Oh, jetzt bin ich nasser. De vardır. Ja. Ja, das ist total hier. Ja, ja. Da, der Bisch. 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 Ich könnte ins Hammer nicht treffen. So ist auch mit der Bisch. Eine Sekunde nach. Und ich hab gewonnen. Ich kann die Brautmännische trotzdem nicht so wieder zu den Terroristen. Das haben wir in derICK. Happy! Happy! Ja, jetzt geht's noch ein... ich bin ja ein ganz... ...dass geht's noch ein... ich bin ja ein ganz... ...dass geht's noch ein... Alles lebt noch... ...dann es wird nicht werden... Ja, ja, tschau... ...fam... ...joh... ...näheu... ...näheu... Das war's für ein Spanier, das war's für ein Spanier. Bis mal vor die Eskabade sind ja jetzt mal eine Pläne. Oh. Ja? Soll ich jetzt auch. Ja. Es ist halt ein Ritur, denn ich habe ja noch die Idee. Es ist ein Schong zu gewinnen, so sehr hoch. Ich mag es doch nicht. Es ist ein Sniper. Das ist ein Sniper. Ich bin mir sicher, aber ich glaube da ist jemand. Fuck. Ich glaube ich doch nicht. Aber ich glaube es nicht. Ich muss nur um voll zu hören, dass der in der Kopf glaubt. Echt? Haha. Der steht drauf und schnappst es drauf. Okay. Ich will Ohhh. Okay. Ah! Eh. Das war's für heute. das ist so das ist die die in die 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 Das war's für heute. Das machen wir nicht Okay Das hat er gesagt Du nirgst jetzt erstmal als fit zu sein. Okay, doch mal. Warum spart er innen? Der kommt nicht da, sagst du. Was? Ich darf sie gleich kontrollieren. Das ist nur Hector. War er das? Das war nur in seiner Mutter, oder? Ich bin nicht auf CSB. Allein kippt, blöde. Wann ist das für Poki? Nö. Das kann man jetzt schon mal ein bisschen besser aus als sich. Aber ich hab das nicht. Ja. Du brauchst die 300 Punkte auf den Zeichen, oder? Nein, dann hast du das andere Pokis. Und steigert sie schon mal. Bleib zum Steigern. Einfach wird das noch was mit dem ersten. Müssen auch so 20 Stunden wieder. Das geht noch. Ja. Ja. Doch, genau. Ja. Was ist da im Chat los? Wo? Ja. Ja. Im Spielchen. Die sind nur die nächste Zeichen. Vielleicht die ganz bestimmt. Ja, gleich auch. Ja, gleich auch. Doch, die sind doch alles gleich auch. Ja. Ich bin ja auch. Sie können da oben in der Ecke stehen und so. Wir müssen immer wieder hinziehen. Ja. Du hast deine Mutter mit. Die waren alle geschossen. Oh. Hier ist es so. Es ist gut, ja egal, ich spawne, ich steige mir mit der Feuer in die Mikro-Holstein. Was ist das denn? Die bietet doch noch ein, haben wir zwei in Pumpe. Erwandert, aber ja. Äh, ja. Der ganze Kaube. Danke, ich hab die Kuh durchgegangen. Ja, wir passen, ich hab die Kuh durchgegangen. Ja? Ach, ich weiß, das war nicht auf der Winkel-Holstein. Ja, aber ich hab die Kuh durchgegangen. Ich hab die Kuh durchgegangen. Ich hab die Kuh durchgegangen. Mann, ich würde mal gucken. Ich gucke nur, ist hier nicht. Mach lieber die Felder, Punkt, Paul. Nein, ich würde nicht auf der Winkel. Aber das ist hier nicht auf der Winkel. Ich weiß nicht, da ist die Kuh. Es ist hier nicht auf der Winkel-Holstein. Das ist jetzt vor der Winkel. Aber ich würde meine der Winkel besser machen. Ich würde nicht auf der Winkel-Holstein schenken. Aber ich würde mich nicht auf die Winkel-Holstein schenken. Das heißt noch, ich würde mich mit der Winkel. ja 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 Das geht mir an, das ist okay. Das ist schön. Ja, schön. Das ist schön. Okay. Okay.